Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video und zwar geht es heute um VeChain. VeChain, die letzten, ich sage jetzt mal Wochen oder Monate, sehr, sehr wenig Bewegung gewesen. Vor allem auf den kleineren Timeframes hat es wenig Sinn gemacht, hier irgendwelche Analysen zu machen. Jetzt haben wir aber wirklich einen Breakout gesehen und jetzt könnte sich auch langsam entscheiden, beginnt hier möglicherweise ein Bullrun oder kriegen wir nochmal ein Lower Low hier zu sehen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Talk- und Signalgruppe reinkommen. Da werdet ihr auf jeden Fall immer geholfen. Gut, und dann würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir hier bei 0,02 Cent. Bei VeChain auf dem Daily haben wir ein schönes Breakout hier gesehen, nachdem wir hier zwischenzeitlich bei 0,0153 gewesen sind und unser vorläufiges Low gesehen haben mit einer Bullish Divergence hier im Chart, ging der Run hier ziemlich schnell los. Ineffizienzen wurden gefüllt, Widerstände komplett rausgenommen und wie gesagt in der Spitze bis auf 0,0218 Cent. Da hatten wir dann den ersten Widerstand hier oben bei diesen hoch und ich habe diese Stelle auch nochmal markiert, weil hier eben sehr, sehr viel Volumen reingekommen ist hier oben. Was wir eigentlich die letzten Monate immer, und da blicken wir jetzt mal ganz kurz auf den 4-Stunden-Timeframe, immer so ein bisschen vermisst haben. Das sieht man die letzten Wochen, keine wirkliche Liquidität hier, zwar mal größere Ausreise, aber ansonsten nichts, wirklich nichts passiert. Jetzt kam aber hier wirklich mal ein bisschen Volumen rein, bearish Divergence auf den 4-Stunden und dadurch jetzt erstmal so diese kleine Konsolidierung beziehungsweise dieses kleine Breakdown. Jetzt sind wir halt an einem wichtigen Punkt angekommen. Ihr seht hier, diese grüne Box war vorher extremer Support gewesen, ist dann hier unten als Widerstand und jetzt wird es eben als Support wieder getestet. Ist es aber jetzt wirklich schon der Boden, ich wage es immer noch ein bisschen so zu bezweifeln. Wir haben auf jeden Fall noch genug Aufwärtspotenzial. Und damit nochmal ganz kurz der Blick auf den großen Timeframe, auf den Daily-Timeframe. Ihr seht hier dieses riesige Falling-Vedge spielt sich hier sehr, sehr gut aus. Jetzt gilt es halt darum, nach dieser Korrektur hier auch wirklich ein höheres Hoch wieder reinzukriegen. Das heißt, wir müssen dieses ehemalige Hoch auch wirklich mit einem höheren Hoch dann und schön steigenden Volumen hier auch überbieten, beziehungsweise auch ein Close drüber, eine Bestätigung sehen. Dann haben wir Luft hier bis 0,028 US-Dollar-Cent. Aber das müssen wir halt jetzt erstmal kriegen, weil jetzt geht schon wieder ein bisschen das Volumen raus. Deswegen bin ich hier auch immer noch ein bisschen so skeptisch, ob das nur so eine vorläufige Zwischenrallye war und wir jetzt einfach nochmal ein Lower Low sehen. Dafür nehmen wir uns aber auch nochmal so das FIP-Level dazu. Einfach kurz zur Hilfe ziehen das von unserem Low zu unserem High. Da sehen wir, okay, sollten wir jetzt hier ein bisschen Konsolidierung kriegen, wäre nochmal so ein Breakdown in Richtung 0,0178 möglich. Hier liegt das Golden Pocket, würde gleichzeitig ein höheres Tief bedeuten und das möchten wir halt eben sehen. Wenn wir den Abtrend haben, gilt es einerseits immer das vorherige hoch zu überbieten. Das haben wir hier zumindest geschafft. Für mich zählt aber eher das hier oben, kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber zumindest wäre das ein Anfang, um Abtrend reinzukriegen. Das heißt, für uns hält dieser Widerstand bzw. dieser Support jetzt nicht diese Box, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir hier nochmal runtergehen in das Golden Pocket, höheres Tief bilden, Konsolidierung sehen. Dann müssen wir aber auch hier das gleiche Szenario, wie hier eben dargestellt, ein höheres hochkriegen und den Abtrend fortsetzen. Für mich das alles Entscheidende, sag ich mal für längerfristig, für Leute, die jetzt sagen, okay, Boden ist noch nicht drin, ich zweifle da auch noch ein bisschen und warten, bis hier wirklich ein Trendwechsel stattgefunden hat, würde ich vielleicht erst empfehlen, hier oben in diesem Bereich bei den 0,0286 einzusteigen. Warum? Hier oben liegt dieses signifikante letzte Hoch. Damit wäre auch der endgültige Downtrend meines Erachtens nach gebrochen. Klar, man hätte hier eine 100% Chance verpasst, muss man auch dazu sagen. Aber hier oben findet halt dann wirklich erst dieser richtige Trendwechsel statt. Und es kann gut möglich sein, dass wir hier schön einen Dreiteiler nach oben hinkriegen nochmal. Das heißt, erster Teil, zweiter Teil und der dritte Teil. Und dann wieder eine größere Korrektur mit Lower Low eben stattfinden. Also so ganz ist die Sache hier noch nicht raus bei VeChain. Da müsst ihr einfach noch ein bisschen aufpassen. Bisher sieht es gut aus. Wir sind deutlich überhitzt, müssen wir auch dazu sagen. Es ist möglich, diese Hochsee abzugreifen, tiefer zu schließen, Doppeltop zu bilden, Bearish Divergence auszubilden und dann eben hier unten nochmal in das Golden Pocket mit einem höheren Tief zu kommen. Wäre momentan mein Primärszenario und mein Wunschszenario, einfach um die Struktur ein bisschen besser zu kriegen und dann einen schönen Abtrend nach oben hin reinzukriegen. Und hier oben wird sich dann, wie gesagt, meines Erachtens nach entscheiden, ist es wirklich schon die Trendwende oder nicht. Ansonsten, unser, ich denke jetzt mal, unser endgültiges Low wäre dann maximal hier unten in diesem Bereich bei den 0,01 Cent. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir maximal noch vorstellen, dass wir hier nochmal dieses Low eben nochmal unterbieten. Aufgrund dieser langen Konsolidierung, dieser Bullish Divergence, dass dieses Low hier unten nochmal angetestet werden könnte und wir dann so einen riesigen doppelten Boden haben. Aber dafür ist es zu früh. Unsere Buy Zone war hier in diesem Bereich, wo wir uns jetzt befinden. Das heißt, wir waren auch hier deutlich unter Wasser eine Zeit lang. Nächste Buy Zone, für alle, die das interessiert, würde ich dann erst hier bei einem wirklichen Lower Low in diesem Bereich oder am Low nochmal ranziehen. Aber jetzt gilt es erstmal abzuwarten. Hält das Golden Pocket? Wenn das nicht hält, dann werden wir wahrscheinlich nochmal diese Low sehen. Ansonsten höheres Tief, Bestätigung abwarten. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein höheres Hoch. Auch hier mit einem Daily Close. Besser wäre es sogar Weekly Close drüber. Und dann Trendfortsetzung bis ungefähr 0,0286. Das sind so momentan jetzt die Ziele. Kurzfristig, mittelfristig auf jeden Fall. Längerfristig müssen wir warten, bis sich auch bei Bitcoin die ganze Struktur erstmal eingependelt hat. Sind wir hier wirklich schon am Boden angelangt? Ich bezweifle das immer noch ein bisschen. Aber für so eine Zwischenrallye ist es entscheidend, hier oben diese 0,286 anzutesten. Dreistufige Welle würde ganz gut passen, meines Erachtens nach der Hoch. Und dann möglicherweise nochmal ein Lower Low. Aber das werden wir so von Zeit zu Zeit immer mal ein bisschen im Auge behalten. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen. Und ihr könnt natürlich wie immer in den Kommentaren entscheiden, wollt ihr wieder VeChain sehen? Wollt ihr einen anderen Altcoin sehen? Dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Das war es von mir. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.